Ich nehme, dass er jetzt alles aufholt, ich muss es sagen. Sollte ich eigentlich ausziehen vor hier? Du, setz dich mal hin, der geht das schon jetzt. Aber wenn es immer losgeht, dann weiß ich immer nicht was sagen. Weiß ich doch nicht, das geht ja schon die ganze Zeit los. Wenn sie draußen quatscht, dann geht das ja nicht. Aber da weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Das ist ein ganz normaler Mensch, mit dem kannst du noch mal sprechen mit dir. Aber top, ja. Ich verstehe mit dir gut. Ja, dann denk mir das auch schon. Da hab ich gesagt, wo bist du von? Probe. Nase-dicht, Druck-Kopfschmerz, XS-Aus mit Sinoprit-Extrakt. Ja, ich finde das nicht. Und wo wohnt sie denn? In Offenbach, bei Frankfurt am Main. Da hat man auch nicht gehabt. Nee, die war von Offenbach. Aber in Aalberg, hier bei Ostsee. Da hab ich dich kennengelernt. Oh, die hat lange Narbe gehabt. Ich hab so gesehen. Das ist ein Bad und vor der... Oh, das ist ein süßes Mädel. Eine Woche war ich zusammen mit ihnen. Tag und Nacht. Mit ihrem Bett. Und hören. Die Eltern auch gekriegt. Das ist offenbar. Das ist offenbar. Das ist offenbar. Ach Gott. Ach Gott. Du musst die Schuhe ausziehen. Hä? Guck mich mal an. Mach mal smile. Grinst mal. Was? Du sollst mal lachen. Lächeln. Mir fehlen zwei Zeichen. Weißt du doch, was ausgeschlossen ist. picture. Tschüss.